Hier sind wir auf dem Betrieb der Familie Ackermann im Thurgauischen Tutwil. Die Braunfieh-Züchterfamilien sind tief verbunden mit ihren Tieren, die lang wirtschaftet und qualitativ hochwertige Milch produziert. Die Brown Swiss Kuh Cindy hat eine ganz spezielle Leistung erbringt. Sie hat aus 7 Laktationen im Durchschnitt über 12'000 kg Milch produziert und kommt so damit auf eine Lebensleistung von über 100'000 kg Milch. Unser Mitarbeiter, der Hugo Studhalter, ist jetzt auf dem Betrieb und würdig mit einem Foto die Leistung der Kuh Cindy. Wenn eine Kuh so eine aussergewöhnliche Leistung erbringt, wird sie durch uns speziell gebeten. Das Foto erscheint im CH Braunfieh und der Betriebsleiter bekommt eine Urkunde, damit sie sich noch lange an diese spezielle Kuh erinnern kann. Wir sehen also, die Kühe haben bei unseren Mitgliedern einen Familienanschluss und die Leidenschaft für das Braunfieh wird von Generation zu Generation weitergeben. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.